Hallo liebe Leute, hier ist Mr. Apfelmus und ich habe heute einen Freund bei mir. Ich trau mich nicht. Na komm Alex, stell dich mal vor. Oh, jetzt hab ich ihn voll schnell. Egal. Darm, Alex. Kannst du das buchstabieren? Alex, Darm, Raute. Alles klar. Äh, ja, okay. Ihr merkt schon, wir sind ein bisschen durch den Wind, weil erstes Dual Commentary und so. Ich hoffe, ihr verzeiht das. Wie ihr sehen könnt, oder wie ihr vielleicht nicht sehen könnt, spielen wir heute Tony Hawk's Pro Skater. Aber nicht so viel macht das Spiel jetzt an. Tony Hawk's Pro Skater. Macht das Spiel jetzt an. Tony Hawk's Pro Skater. Ach, die Leute langweilig. Da kommt jetzt. Tony Hawk's Pro Skater 2 und 2 in 2 Spielermodus. Und da, wir spielen heißen Stuhl. Wir spielen heißen Stuhl. Alles klar, dann müssen wir nachher dann einfach mal. Ähm, dann spielen wir Loser. Ja, dann spielen wir Loser. Das hab ich Ihnen auch nicht gesagt, dass ich sagen wollte. Tony Hawk. Mann! Also, wir machen heute vielleicht eine neue Publikum. Die wollten wir nennen, ne? Alex, willst du's sagen? Ich trau mich nicht. Let's Bratwurst. Nein, äh, let's battle. Ich bin das Schnitt. Alles klar, Let's Schnitzel. Ähm, in der wir uns immer gegenseitig in so kleinen Multiplayer spielen, wie eben jetzt hier. Tony Hawk's Pro Skater 2 ein bisschen gegenseitig versuchen runterzumachen. Wir gegen uns. Du bist der Sucht, die ich hab's noch nie gespielt, du hast es mit 9 durchgezockt, hast die 3 Millionen Marke geknackt, ich hab's noch nie gespielt, ich wollt's nur mal beton, ich hab's noch nie gespielt. Ja, ja, wir haben's noch beide nie gespielt. Halt die Klappe. Also, außer ich spiele er auf Tastatur, das muss man, wir spielen beide dann auf Tastatur bei Hotziek. Fuck, ich hab noch nie das natürlich gespielt. Die benötigen Gott, weil ich nicht umgäblich hier. Also, den nehme ich denn, ich nehme, 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 ich nehme. Alles klar, dann nehme ich, scheiß ich, niemand, ob dabei. Ehm, das ist jetzt das Spiel, aber wir nehmen schon, Maskar. Der hat mir immer gefallen, er hat mir gefallen. Die voll gut gefallen. Ok, auf geht's! Ich hab 10 Sekunden Zeit 10 Sekunden? Wir nennen es Loser Alex Scheiße, ich muss so hängen Loser Alex Du bist so nett heute So End! Und fangen wir an Also ich leg den Punktestand vor Ich muss einen Trick machen, glaube ich Ok, auf geht's Wie macht man die Tricks mit dazu? Oh, ok Jetzt geht's gleich, die wird Die wird mit dem Protonierfurt Vielleicht hat das ja auch Also, jetzt muss er Tonier Beziehungsweise Alex in der Stadt Ja, es funktioniert, Mann und Alex fährt los Einfach in Stein Okay, das muss ich jetzt auf Ich glaube, das könnte ich vielleicht schaffen, wenn ich diesmal meine Arbeit stelle Aber nicht Mann! Ok, damit habe ich die Die Wurst ab Prozent und weiter geht es jetzt muss Alex den nächsten alles klar dies ist der Fall er soll ich meinen einmal auf die Fresse fliegen alles klar ist das schaust du das habe ich diesmal das war so weiter was ist das mal zu tun wir haben da ist die dass man die andere Richtung ist klar ja alles ist hat leider nicht egal ist der ich mal aber auch zu heilen okay jetzt bin ich wieder dran und warm und die der 6.2 64 Punkte ich gebe 2.000 das sagt ein paar sich auf die Fresse weil es zu viel ist mal er hat er hat und da ordentlich schon den und ich bin wieder dran ich würde sagen jetzt machen wir mal ganz normal hier so was sie haben ja okay das war schon 4.000 Punkte knapp und das müsste auch reichen ich habe zu drehen ich habe zu drehen Scheiße okay das ist die falsche Taster okay Alex hat schon den Buchstaben S und die sind mit Doppel-U geschrieben äh nein egal und weiter geht's ich nehme jetzt mal hier diese Rampel um ein Benni Harner zu machen und die Perfekt zu landen das ist ein Benni Harner das war egal dieser Trick den ich gemacht habe was macht Alex Alex in die selben Scheiße und oh 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 packt sich nachschauen vor Ort Ehe immer so viel besorgen okay auf geht's jetzt bin ich wieder an ich würde sagen ich fange an mit so Mauskorn jeder über ein werden aber das hat nicht ganz geklappt aber vielleicht rechnen es trotzdem Obo das war eine Kiste die Scheiße Prozent so nach oben ja das schöne Geld ist ja erst mal so machen und dann so und perfekt nein schade leider kein Perfekt die gibt's ja auch noch was ist schön halt auf die Presse gelegt aber auch wenn es vielleicht übernahme da und hier verloren das muss gekonnt sein okay wir sind wieder am Anfang und jetzt geht es hier los jetzt hier nicht mit so wie er einfach ein Becker auf auf aber auch wie macht man den Film mit vier Ecken links glaube ich fliehen die und dann ist ein Scheiße okay jetzt vor Ort sie noch dran scheiße dass er ist das ist doch jetzt noch mal okay und nach der Zeit ich bin ja da ja aber ich glaube ich bin an die Erkennung der Punkte und kann das noch probieren nichts übertrumpfen um ein Kropp und leider hat die Kroppungen als klar machen alles klar es bin ich daran gibt mir doch jetzt gibt es die die Wurzeln was da hat ja auch perfekte Landesenthalte die Säge der Dornbund das war auch mehr das war aber der Fall ich noch was ich das nicht als Besonderes war das und ich bin daran die ganze Zeit so ein Arsch Alter jetzt lass mich mal gewinnen ich hab nicht zu drückt ich hab nicht zu drückt ich hab nicht zu drückt ich bin das gut Alex gibt 360 Punkte vor ich bin dran und hör auf Alex 1574 nicht das Gelbe vom All aber das Weiße ist leicht Mann und sehr schön nicht lustig also gleich ist Alex so Alex so jetzt probieren wir mal ein ziemlich lang Wortschleid und jetzt noch mal 5050 und jetzt noch mal 50 und jetzt stehen wir runter und landen mit 25.728 Punkten ja Alex ich will mal sagen das ist doch Pinatier oder dafür steh ich doch nicht oft ne aber das war ein Wohlreit aber 4.290 Punkten ist so gut und jetzt zum entscheidenden woher oder auch ein auch ein Fahrrad wir waren das ist ein bisschen nur Alex mit dem Stil dann das ist der Leifahrt der Fall auch gar nicht muss wo wo ein dieser Gitarre und ich brauche nur wer hat noch mehr Punkte als die Scheiße und er hat die Stauro und jetzt liegt Alex anscheinend vor ja warum ist denn die Gebäude da schön dann ist wunderschön und macht besser meine Zeit jetzt hier kommen und sagt und das reicht schon und damit ist mein Papier Alix hat er noch mal mal gespannt auf alles schön wie die die Wanderung hat aber auch nicht mehr über die Wanderung der Scheißspielte auch Alex und ist ein Loser wer hat das gedacht wir haben noch weiter oder das was wir machen ein Spiel machen wir jetzt noch ein kurzes Wort nehmen wir nehmen auch alles klar für die Rechte und was er über YouTube alles kommt Stimmte erster noch der Wettbewerbste immer aber das war die Möblichke Marseille was er sein nicht nur alle gespielen los das weißt du wie Dave beschrieben wird ja ja warte die hoffentlich siehst du das was nehmen wir für ein Wort es ist ein bisschen lang oder egal schnitzel die Leute schwarzen aber auch mit er oder in der Pfad er ist klar und Prozent ich darf wieder vorgehen wie es aussieht und Alex würde ich dies morgen nicht ja alles danke dass du das getan hast ich habe trotzdem Punkte gebracht ja warum springt er da nicht Alex hier schöner Abzüge in der B-Note und ich bin wieder dran allein das reicht Shorty-Table-Drop außer wenn Alex jetzt noch eine 180-Grad-Fähung an das Ding ranhängt scheiße ok passt mal auf Leute ich werde es jetzt voll cool machen nein das hat nicht gereicht der Scheiße 5 5 5 5 5 5 jetzt wollen wir schon wieder viel zu überhelfen geworden Bruner habe ich mir die Stelle kenne ich noch vom Alten also wird damals gespielt haben drei Jahre oder so gestern gespielt hat ich finde manche Leute haben keine zweite Chance verliehen aber egal es ist nicht mein Problem so was zu entscheiden auch für die Leute auch pass auf pass auf pass auf pass auf jetzt alter aber das hat sich erreicht und wir werden angerufen ja ich muss eh punkten machen wir haben es da muss am Telefon nichts mit Alex so wir spielen jetzt mal Robert der punkte stand weiter eingabe taste und irgendwas drücken und drücken und drücken und auf deiner Tastatur ich bin jetzt auch zum wieder da war hast du mich vermisst so so langweilig so was ich gerade um zwei Buchstaben weitergebracht oder kommen wir so vor ok alles klar ich probiere es jetzt noch mal mit meiner technik mann alter ich habe es umweilig es gibt bestimmte Leute von euch da draußen sagen heiliger unter 100.000 auf die gingen zu holen wo mir das so nicht kaputt ist es ist eben kein Wettbewerb das ist geil schlappig gelandet und trotzdem viele Punkte ich habe mich über so was immer der erste Bildung ja aber immer ja ich sehe es doch schon kommen ich sehe es das nicht so gut wie du willst wird trotzdem die schließt schon ein Schmied ja aber gut dass man einen Highflip oder einen Hälfte und ein Schnitt nicht hier Flip war es die Klinik und wieder weg und sagt und auf die Grunde das war noch gar nicht mal so übel naja ob es dort sind und mehr und nicht die gleiche Kacke weil ich noch Prozent in so einem 360 Grad die Sorge waren dafür will ich sehen und du nicht ja ja sagt er hat das erste Video und und Scheiße das hat es mir Zeit war jetzt sind die Städte und auch auf den Berichter schnittsachen was auch jetzt sind immer so weil es ist das Jahr und ein er soll ich brauchen es geht wie ein Mann oder Helikopters wie genau und da ist man sich so auf der Straße was versteht auch so vom Sonntag wenn er die ganze Woche nur heute frisst ja gewissen Leuten kommt das jetzt bekannt vor ich will keine Namen nennen dass sie immer leutert oh und damit ist Alex offiziell ein Schnitzel wo da steht dass ein Loser ist schade also ich habe was von Molonen-Schnitzel ja ich würde sagen wir gehen jetzt noch mal essen weil wir haben das Geld ganz viel Geld ach nein wir brauchen euer Geld also bitte schickt alles Geld das ihr uns schicken wollt ein 1-2-3-Fake-Street in äh 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 Sugarville ja boah das war so schlecht mit dem Betreff Candy Shop genau mit dem Betreff Candy Shop und damit hat Alex den perfekten Abgang für unser Commentary gemacht ich mache mir jetzt einen Remover wie in den Just Cause Videos nein machen wir nicht können wir nicht wir können das Rad aber zum Spin drehen und das kann ich jetzt auch und dann mit Star Wars und voll in Effekt ja und Blur und hast du nicht gesehen also Leute wir sehen uns beim nächsten Mal von Let's Battle ja 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 ja